Ursina Jäcki, was erzählst du uns über die heutige Langdistanz? Ja, leider nicht so gut wie gestern. Heute ist es mir absolut gar nicht gelaufen. Ich habe mich schon zum 1 ziemlich verabschiedet. Ich habe einen Weg nicht gefunden und bin dann irgendwo durchs Grüne. Ich bin fast nicht durchgekommen, habe das Velo fast nicht durchgebracht. Ich verliere sicher schon sehr viel Zeit zum 1 und habe von daher schon fast ein einsames Rennen gemacht. Und habe dann noch mehr als einmal ziemlich grosse Fehler eingebaut. Es war auch physisch sehr hart mit der Hitze und extrem steilen Rampinnen. Ja, ein bisschen ein Rennen zum vergessen, zum abhegeln und morgen wieder neu starten.